Wüstenbiom Deswegen wollen wir in dieser Folge Heute uns mal das Wüstenbiom anschauen Deswegen sind wir mit dem Argentavis unterwegs Da hinten seht ihr es auch schon Und gar nicht weit weg von unserer Base Und ja ich würde sagen Wir schauen einfach mal in dieser Folge Was da so abgeht Und was es da für interessante Monster zu sehen gibt So und nun betreten wir auch schon Das Wüstenbiom und hier sehe ich auch schon Das erste Monster Was ich noch gar nicht kenne Oh gleich Oh okay Leicht aggressiv Der Tawny Dragon Interessantes Vieh Muss ich ganz ehrlich mal sagen Schießt hier mit irgendwelchen Stapeln Der Kano ist ein bisschen lebensmüde gerade Ja wir fliegen am besten mal hier zum Arc rüber Zum Obelisken Wow Was ist denn da unten los Das Ding sieht ja mal sehr geil aus Ein Känguru ist auch hier am Start Ist ja natürlich so ein Tier Was in der Wüste auf jeden Fall am Start sein muss Aber guckt euch das mal bitte an Freunde Wow Wow Ein Velonasaurus Ganz viele Skorpione hier Also hier geht es auf jeden Fall schon ganz schön ab Wow Wir werden hier beschossen Also wir sind hier definitiv nicht willkommen in der Wüste Können wir mal ein bisschen höher fliegen So was haben wir denn hier schönes Also groß ist es nicht Beim Schneebiom Da sieht man ja im Hintergrund Diese ganzen Wände hier an der Seite Die sieht man beim Schneebiom gar nicht Also Schneebiom ist deutlich größer Möchte ich mal behaupten Aber er hier gefällt mir Er sieht ja mal voll geil aus Veleno Velenosaurus Wow Er schießt Erstmal mit solchen Stacheln Das ist ja auch geil Hier sind Skorpionen Müssen wir uns auch auf jeden Fall zähmen Denn wir wollen In einer späteren Folge Uns einen Quetzal zähmen Und beim Quetzal Quetzal ist ja so die Königsdisziplin Beim Dino zähmen Und es gibt mehrere Möglichkeiten Einen Quetzal zu zähmen Wir wollen gerne gemeinsam Jede Möglichkeit durchgehen Die es uns möglich macht Einen Quetzal zu zähmen Solo So was haben wir Oh da haben wir auf jeden Fall Obsidian Sehr interessant Werden wir gleich mal abbauen Oh ne Wasserquelle Ne Der hat Wasserhäcker Okay Oder der speichert hier Wasser In seinem Tatsache Interessantes Feeder Möchte ich kurz mal runter Nicht schlecht Der Specht Morella Tops Wow Okay Dann kommen auf jeden Fall Die Freunde gleich angerannt Aber alles kein Problem Für unseren Agentar bis hier So Dann werden wir mal Uns das Kängurum Mal hier zur Brust nehmen Wow Also hier ist auf jeden Fall Ganz schön was los Wie ihr sehen könnt Ich will schnell mal Ein bisschen Obsidian abbauen So Dann werden wir mal Am besten mal Ich würde sagen Mal runterfliegen Was ist da unten Beim Wasser so zu entdecken Gibt Wäre natürlich auch geil Wenn hier irgendwelche Hüllen oder sowas Noch am Start sind Würde sich natürlich auch Eignen Sieht auf jeden Fall Sehr geil aus Hier diese Wasserquelle Hier mitten in der Wüste Kristall haben wir auch Genug hier Wow Was ist das denn Auch mit dem Wasserspeicher Wasserjuckbuck Den Stego werden wir mal hier Von seinem Leiter lösen Was geht denn da im Wasser ab? Okay Okay Ein Skorpion Vielleicht auf jeden Fall So Was hat denn der Alosaurus Hier liegen gelassen? Oh okay Dann werden wir erstmal Auf den Weg räumen müssen Uninteressant So Jetzt will ich auch mal wissen Was hier im Wasser Gewesen ist Was hier so abgegangen ist Guck dir das an Wer bist du denn bitte? Oh shit Okay Hier sind Piranhas Komm her Komm her Komm zurück Weil ich dachte Heute gibt es Fisch zum Essen Schaut mal Freunde Da hinten ist er wieder Der Velosaurus Wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe Velorasaurus Willst du mal einen Blick riskieren Velonasaurus Okay Interessantes Vieh Dann werden wir auf jeden Fall Auch zähmen Steht auf jeden Fall Ab sofort auf der Liste Interessantes Monster Aber was mir so ein bisschen fehlt Hier in der Wüste ist Ich habe noch nicht Einen korrupten Dino gesehen Ich weiß nicht ob das hier Einfach zu heiß für sie ist Aber kann ja nicht sein Dass hier nicht ein einziger ist Okay Was haben wir denn jetzt da oben Lymantria Was auch immer das sein möchte Wir werden es auf jeden Fall mal fressen Oh shit Ich kriege Hier gerade echt Probleme Was war das eben gerade gewesen Ich bin gerade fast erstickt Was mich ja schon immer mal interessiert hat Was passiert hier Wenn man mal in den Obelisken reinfliegt Stirbt man da Oder gibt es da drin irgendwas Würde mich erst mal interessieren Oder werden wir jetzt am besten gleich mal hochfliegen Und hier scheint nichts zu passieren Dass mir jetzt hier mein Dino stirbt Darauf habe ich nämlich gar keinen Bock Oh wir müssen auf jeden Fall wieder runter Die Ausdauer ist gleich völlig im Arsch Scheiße Das wird mal jetzt nicht ein Fehler gewesen ist Ei, ei, ei Das geht gleich richtig in die Hose Schaffen wir es noch zu landen Bevor der hier abstürzt Oh, 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 oh Wir müssen mal gucken, dass wir hier schnell Boah, das wird sowas von knapp Boah, der Argentavis ist so ein Boss War das knapp gewesen Wir haben auch von Kollegen die Base Übrigens Hier ist es glücklicherweise offen Wir werden mal einen Blick riskieren Was hier so abgeht Wow Auf jeden Fall eine schöne Schafzucht hier Sodos hat er auch am Start Der Giga vor allem Ey, Leute, guckt euch diesen Giga hier an Haben wir ihn hier für ein Level 360 Uh, nicht schlecht Der ist auf jeden Fall drauf Mit dem ist hier nicht zu spaßen Können wir mal ein bisschen weiter schauen Hier Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus Hier die Base, ja Also muss ich echt mal sagen Schön hier mit dem Mana Gams Ein Gryphon ist hier sogar auch am Start Mich würde mal interessieren Wo es hier Gryphons gibt Rockdrakes haben wir hier auch Aus Abrasion Nicht schlecht erspricht Snow Owls in verschiedenen Farben Hier guckt euch mal die Mütze an Ist das süß? Wer bist du denn? Ein Gacha Oh, das Ding möchte ich auch haben Müsse ich mich mal belesen Wo es den Gacha hier gibt Der sieht ja auch geil aus Und wenn wir uns auch mal In einer späteren Folge Werden wir uns den mal einfangen Der sieht ja echt nicht schlecht aus So, da oben haben wir einen Petri Und dann haben wir auch noch hier Wie heißt der nochmal? Ein Tappijara Ja, den werden wir uns auch Auf jeden Fall Werden wir alles nach und nach zähmen Soweit ich weiß Kann man hier sogar Mit zwei Personen fliegen Das Ganze Ist auch interessant Den brauchen wir Ja, auf jeden Fall Der Sattel ist für zwei Leute Ja Für die Quetzal Videos Ganz interessant Denn auch mit einem Tappijara Kann man nämlich ein Quetzal ziehen Das werdet ihr dann alles sehen Ich werde es euch vorführen Ich habe mich dann mal belesen Und das ist gar nicht so schwer Muss ich sagen Oh, was haben wir hier Schönes Ein Ara Sagt mir auch nichts Kenne ich überhaupt nicht Phrager Kenne ich auch nicht Allosaurus Hüt, okay Aber hier sind auch echt Dinos mit bei Die sagen mir überhaupt nichts Wow Ein wunderschönes Gewächshaus Hat er hier Nicht schlecht Hier ist schon wieder Diese komische Wolke Wo ich fast erstickt wäre Was geht hier ab Ist das das kleine Vieh Was so eine Wolke macht Was ist er denn für einer Okay War anscheinend nur ein Status Effekt Wer bist du hier Juti Rannos Kenne ich auch überhaupt nicht War Der scheint ja Richtig Action zu machen Wir werden ihn gleich mal angreifen Na komm her Wenn du hier alles angreifst Musst du damit rechnen Dass es immer ein Stärken gibt ja So 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 Freunde Das war es auch schon Mit dieser Folge Wir haben uns die Wüste Mal ein bisschen genauer angeguckt Guckt was da für Dinos da sind Interessante Dinos sind da am Start Muss ich ganz ehrlich mal gestehen Da sind einige mit dabei Die ab sofort auf meiner To do liste sind Könnt mir gerne mal In die Kommentare schreiben Hier in der Wüste Welche Dinos ihr da Besonders gut findet Und welche unbedingt Gezähmt werden müssen Ja Bis dahin bedanke ich mich Fürs Zuschauen Euer Stefan Ciao Ciao